chinesisch lernen für fortgeschrittene lerne fließend chinesisch sprechen mit sätzen und redewendungen möchtest du das hörbuch plus ebook kostenlos erhalten klicke jetzt auf den link unten in der beschreibung oder auf das i zeichen oben rechts im video denkt dran klick auf like und abonnieren um weitere videos von uns zu erhalten schreibt doch noch einen kommentar wie wir das video verbessern könnten oder welche sprache du lieber lernen möchtest es soll morgen regnen 明天应该会下雨 ich brauche einen Arzt ich habe diesen Kuchen gebacken ich arbeite hier das riecht schlecht 好臭 ich liebe allein ich mache freiwillige Arbeit du verschwendest deine Zeit 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 你的孩子在哪里? Wir waren zusammen in der Schule. 我们以前一起上学. Das war Glück. Glück gehabt. 那很幸运! Zu welchem Zeitpunkt ist es passiert? 什么时候发生的? Das war anstrengend. 那有压力! Um welche Uhrzeit bist du schlafen gegangen? 你什么时候去睡觉的? Ich brauche einen Termin. 我需要预约. Hast du Kinder? 你有孩子吗? Ich rauche nicht. 我不吸烟. Ich wollte im Ausland leben. 我想过到国外生活. Es lohnt sich nicht. 他不值得. Es dauert zwei Stunden mit dem Auto. 需要两个小时车程. Ich bin kein Tourist. 我不是游客. Das ist so viel. 那太多了. Willst du dich uns anschließen? 你想要加入我们吗? Bitte folgen Sie mir. 请跟着我. Was machen deine Eltern? 你的父母做什么工作? 什么工作? 你打篮球吗? 你打篮球吗? 走那条路。 Ich bin ein Mann des guten Geschmacks. 我是一个品位很好的男人. Das war ungewöhnlich. 那个不平常. Nur eine Minute. 就一分钟. Sie ist sehr energisch. 他非常有活力. Das ist sehr schwierig. 这非常困难. Hast du Enkelkinder? 你有孙子吗? Ich habe meinen Regenschirm vergessen. 我忘记我的伞了. Hier ist es. 他在这儿. Der Zug ist verspätet. 火车晚点了. Gute Idee. 好主意. Wo bist du zur Schule gegangen? 你之前上什么学校? Ich habe zu viel Arbeit zu erledigen. 我有太多工作要做. Was für ein schrecklicher Tag. 多糟糕的一天啊! Ich bin in der Stadt. 我在镇上. Er ist sehr überzeugend. 他非常有说服力. Gesta Nachmittag. 昨天下午. 我是一家律师事务所的合作伙伴. 我是一家律师事务所的合作伙伴. 我的手表被偷了. 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 您想要喝些酒吗? Ich habe zwei Schwestern. 我有两个姐妹. Ich erwarte. 我希望... 你可以确认一下日期吗? Es geht hier entlang. 就是这条路. Es ist nicht sehr weit. 我是很远. Lasst uns anfangen. 我们开始吧! Ich habe das Passwort vergessen. 我忘记密码了. Was ist deine Präferenz? 您比较喜欢什么? Ich bin in einer komplizierten Beziehung. 我处于一段複杂的关系中. Ich mache eine Ausbildung zur Krankenschwester. 我在参加护士培训. Meine Gefühle sind intensiv. 我感觉很紧张. Es ist sehr heiß. Es ist sehr heiß. 我非常忙. Welche Adresse suchst du? 你在找什么地址? Was gibt es zum Mittagessen? 午饭吃什么? Ich interessiere mich nicht für Fußball. 我对足球不感兴趣. Sind wir fast da? 我们差不多到了吗? So ist das Leben. 那就是生活. Was für ein schöner Tag. 多好的一天啊! Kann ich dich nach Hause fahren? 我可以载你回家吗? Das war ein zufall. 那是巧合. Ich möchte zum Laden gehen. 我想去商店. Das Geschäft ist profitabel. 这生意利润高. Welcher Tag ist heute? 今天是星期几? Wann bist du aufgewacht? 你什么时候醒来的? Ich würde gerne eine Flasche Wasser kaufen. 我想买一瓶水. Studierst du Englisch? 你有在学英语吗? Haben sie irgendwelche Münzen? 你有硬币吗? 你的父母住在哪里? 我想买一瓶水. 我想买一瓶水. So viel wie möglich. 尽可能多. 我想乱你。 Das stimmt mich traurig. 那件事让我伤心. Sei vorsichtig Möchtest du einen Spaziergang machen? Nihang chi san san bu ma? In drei wochen San zou shi jen ney Wie viel möchtest du bezahlen? Nihang fu duosal? Ich habe alles ausgegeben Wo bata do hua wanle Ich wünschte ich hätte Wo siwang wo yow Ich bin ein wenig aus der Übung Wo yow dien su yu lén xii Das Ergebnis war schlecht Chie guo, hoi le Das Wetter ist gut Tien chi hai hao Das funktioniert nicht Wie stehen die Chancen? Gehüi uo duo da? Ich würde gerne etwas kaufen Ich würde gerne etwas kaufen Warum bist du traurig? Warum bist du traurig? Warum bist du traurig? Warum bist du traurig? Es wird kalt heute Abend 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 今晚 wird冷 Verstecke es 把它藏起來 Könnte ich dein Telefon benutzen? 我可以用你的電話嗎? Wie ist das Ergebnis? 分數是多少? kommen gut nach Hause 回家一路平安 Ich muss meine Hände waschen 我要洗手 可不可以用你的電話嗎? 可不可以用你的電話嗎? 我可以用你的電話嗎? 我可以在公司上買票嗎? 我可以在公司上買票嗎? 可不可以用你的電話嗎? 現在我們在哪裡? 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 Das war ausgezeichnet 那很棒了 Ich denke nicht 我不這麼認為 Das Meer ist sehr rau 海上風大 浪急 Sein Blick kann sehr intensiv sein 他的表情會很緊張 他的表情會很緊張 Sie ham es übertrieben 他們過分了 Du bist sehr aufmerksam 你非常體貼 我在樂團裡 Um wieviel Uhr kommen wir an? 我們什麼時候到? Wie spricht man dieses Wort aus? 你怎麼讀這個詞? 我在樂團裡 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 她在樂團裡 她很漂亮 Vergiss es 算了吧 他有一個有利的觀點 他有一個有利的觀點 Was ist in der Tasche? 書包裡有什麼? 書包裡有什麼? 他們叫什麼名字? 它是一份禮物 它是一份禮物 Es gibt viele Leute hier 這裡有很多人 Es tut mir leid 對不起 Bitte zie die Schuhe aus 請你拖鞋 Morgen ist Dienstag 明天是星期二 Nächste woche 下個星期 Würdest du das bitte wiederholen? 可以請你重複一下嗎? Ich bin bisexuell 我是雙性戀 Du bist sehr schön 你非常帥 你非常帥 Ich bin nicht einverstanden 我不同意 我不同意 Spielst du Schach? 你下棋嗎? 今天早上 Sobald wie möglich 盡快 Wie lange warst du in Amerika? 你在美國多久了? Ich würde gerne einen spaziergang machen 我想去散散步 Es fängt an zu regnen 快要下雨了 快要下雨了 我也是 Das ist fair 那是公平的 Wir haben unseren Aufenthalt sehr genossen 我们停留期間 過得很開心 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 Ich muss den Termin stornieren 我需要取消預約 我需要取消預約 我有很多東西要做 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 Wie läuft die Arbeit? Wie läuft die Arbeit? 工作怎麼樣啊? 工作怎麼樣啊? Um welche Uhrzeit wirst du ankommen? 你會什麼時候到? 你會什麼時候到? Könnte ich bitte eine tasse tea ham? 請給我一杯茶 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 Ich fühle mich nicht gut 我覺得不舒服 我覺得不舒服 Alles is bright 一切準備就緒 一切準備就緒 Das ist zu teuer 那個太貴了 那個太貴了 Ich mag risico 我喜歡冒險 Es spielt keine Rolle 沒關係 Es fehlt an kreativität 這沒什麼創意 Willst du mich heiraten? 你願意嫁給我嗎? 你願意嫁給我嗎? Ich werde es dir beibringen 我會教你 我會教你 Fühl dich wie zu Hause 請不要距離 請不要距離 離得近嗎? 離得近嗎? bist du schon lange hier? 你來這裡很久了嗎? 你來這裡很久了嗎? 從哪天起? 從哪天起? Ich bin deprimiert 我很沮喪 我很沮喪 später wird ein guter Film gezeigt 時些會有一些好電影上映 你的選樁 你被選中了 誰是誰? 那是誰? 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 Ich lerne Klavier spielen 我在學彈钢琴 In einer Stunde Ich habe keine Wahl Ich habe keine Wahl Es liegt an dir Jeder weiß es Gute Nacht Beile dich Ich verstehe nicht Konzentrier dich Man soll nicht trinken und fahren Um wie viel Uhr läuft das Spiel 比赛什么时候开始 Vielen Dank Ich will dich nicht stören Ich bin verrückt nach dir Ich bin verrückt nach dir Kannst du schwimmen? 你会游泳吗? Es gab eine Meinungsumschwung 看法转变了 Könnte ich bitte eine quittung haben? 请问我可以要张收据吗? Es könnte schlimmer sein 还算好 Sie haben nichts gemeinsam 他们没有共同点 nehme es mit nach draußen 把它拿出去 mein gepäck fehlt 我的行李不见了 Ihre Kleider sind sehr modern 他的衣服非常时尚 Vielleicht 也许 Es war ein Missverständnis 是一个误会 前一天 Ich habe keine Arbeit 我失业了 Das war unnormal 那是不正常的 那是不正常的 Ich habe mich zerkratzt 我自己抓痒 Ich hätte gerne ein Zimmer 我想要一个房间 我想要一个房间 Ich wünsche dir eine gute reise 我希望你旅途愉快 Es wird heute schneien 今天会下雪 今天会下雪 Ihr fehlt selbstvertrauen 他缺乏信心 他缺乏信心 几个月 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 Das ist meine Mutter 这是我的母亲 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 machst du sport 你做运动吗 你做运动吗 Was machst du heute Nacht 你今晚要做什么 Wir hatten einen unfall 我们发生了一场意外 Wie hoch ist der wechselkurs 汇率是多少 Ich werde dich zur bus haltestelle bringen 我会带你去公交车站 Welches team unterstützt du? 你支持哪一个队 Ich habe es auf dem Tisch liegen lassen 我把它留在桌子上了 Letzte Woche 上周 Es ist nicht ganz in der Nähe 不是很近 Arbeitest du morgen? 你明天上班吗? Ich habe einen Platten 我的车胎没气了 In zwei Monaten 两个月内 两个月内 Wie lang wirst du bleiben? 你会留多久? Wie hoch ist die Gebühr? 费用是多少? Bist du jemals in Italien gewesen? 你去过意大利吗? Die Straßen sind rutschig 路上很滑 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 Ich habe schon gegessen 我已经吃过了 Es läuft morgen ab 她明天过期 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 她这么友好 她这么友好 你可以听我说话一下吗? Das war sehr schön 那个以前很可爱 Sie ist unbeliebt 她不受欢迎 In einer Woche 一周时间内 Ich bin zu müde 我太累了 Um wie viel Uhr öffnet der Laden? 商店什么时候开门? Das sieht seltsam aus 那看起来很奇怪 Ich habe es bereits gesehen 我已经看过了 Wie buchstabiert man das? 你怎么拼写它? Ich warte auf dich 我在等你 Mittagessen ist fertig 午饭准备好了 wer ist als nächster dran? 下一个是谁? Das ist meine Tochter 这是我的女儿 这是我的女儿 Die Qualität war schlecht 质量很差 质量很差 Was hast du gesagt? 你说什么? Uns ist das Benzin ausgegangen 我们的汽油用光了 Ich möchte nach Hause 我想回家 Ich brauche dein erlaubnis 我需要你的许可 我需要你的许可 早上 早上 Erhöhe den Druck 增加压力 谁是负责人 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 我想用互联网 我想用互联网 Ich bin in meinem letzten Jahr 我的最后一年了 Du hast so viele Schuhe 你有太多鞋子了 Ich nehme ein outside-ja 我在体验间隔年 Kannst du mir bitte ein taxi rufen? 可以请你帮我叫 一辆出租车吗? Ich habe es gesehen 我看过了 Stimmt so 不用找零钱 Ich vermisse dich 我想你 Tun Sie das nicht 不要那样做 Ich bin verliebt 我恋爱了 Ich bin zum Supermarkt gegangen 我去过超市了 Ich bin Mitglied eines Fitness Studios 我是一家健身房的会员 这个路 那条路 前天 前天 我已经负责了 我已经付过钱了 Sie nicht negativ Sie nicht negativ 不要消极 Als was arbeitet ihre Mutter? 你的母亲做什么工作? 您的母亲做什么工作? 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 Vielen Dank.